Hallo und herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge von Planet Coaster. Letztes Mal haben wir ja hier den Bereich ein wenig gestaltet. Jetzt müssen wir mal schauen, wie es denn hier so aussieht. Jetzt ist die Frage, was machen wir da hin? Entweder noch ein kleines Reit. Kleinsachtig. Die sind alle zu groß. Das macht nicht wirklich Sinn. Da haben wir einen Chief Beef, da haben wir das. Dann können wir hier ja noch ein kleines... Da haben wir die Toiletten. Dann könnten wir hier ja noch einen Hotshop hin machen. Den passen wir dann mal der... ...seinem Gegenüber an. Den passen wir dann mal das. Dann gehen wir nochmal da hin. Oh... 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 Den sollten wir dann aber noch vernünftig ausrichten. Die sind die 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Insgesamt eher etwas Einfachgehalten. Dann machen wir das mal so. Das wird ein eher einfaches Gebäude. Was wir hier auf jeden Fall reinmachen können. Was wir hier sehen? Dann schaue ich mich da oben raus. Sondern natürlich entsprechend aus der Seite. Hier ist ordentlich Musik in der Hecke. Das muss man mal wirklich so feststellen. Das muss man mal wirklich so feststellen. Das müssen wir ein bisschen besser anpassen. Vielleicht sollten wir den einfach mal... Da mit anfangen. Äh ja. Weil da müssen wir wo wir da hin müssen. Oh, das sieht gut aus. Das muss man mal wirklich so feststellen. So. Äh, Türen. Das muss man mal wirklich so feststellen. Die finde ich gut. Das muss man mal wirklich so feststellen. Das muss man mal wirklich so feststellen. Okay. So war das nicht gedacht. So, auch nicht. Licht. Alte Richtung. So, auch nicht. Sie sind auch nicht. Das ist alles gut. Gut. Ähm, edit. Hier gab's die Dürmer diese... Genau. Jetzt brauchen wir hier wieder unseren Bier auf. Zu weit zurück, da ist ein Haus, Wallsigns, brauchen wir natürlich noch ein wenig Werbung. Wo sind denn unsere Hüte? Extra large. Der ist besser. Da brauchen wir natürlich auch noch Lampen. Da brauchen wir natürlich noch Lampen. Im Fenster wären da wahrscheinlich auch kein Fehler. Da nehmen wir aber nicht die Lauf. Da können wir die hier nehmen. Da brauchen wir natürlich auch noch Lampen. Das Gebäude. Nervt ein wenig. Also das, wo ich hier immer reinrutsche. Dann nehmen wir wieder unseren schicken Trick mit dem F. der unsere Fenster so schön zentriert. Höhe. Höhe. Einmal. Zweimal. Höhe. 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 ZOO Soll ich mal ein bisschen vor. ZOO 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 So. 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 Einmal. Einmal. So, damit wäre unser Gebäude, glaube ich, fertig. Was wir hier natürlich brauchen. Das ist natürlich ein wenig. Uh. Das ist ein wenig. Das ist ein wenig. Wieso gibt es denn da schon wieder keine Lampen? Wieso gibt es denn da schon wieder keine Lampen? Was eine Schlamperei. Wir müssen die armen Leute hier im Dunkeln langlaufen. Oh, ich kann mal jetzt hier noch schütteln. Wieso gibt es denn da schon wieder eine Schlamperei? Ja, das bleibt ja nicht. D Mhm. Untertitelung des ZDF, 2020 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 So, damit denke ich, würde ich sagen, ist die heutige Folge vorbei. Ich sage danke fürs Zuschauen und tschüss bis morgen.